Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast SoulDogs, dein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz und ich bin Verhaltenstherapeutin und Coach für Menschen mit Hunden und ich habe heute eine Podcast-Folge für dich vorbereitet, die, glaube ich, schon lange überfällig war. Und zwar geht es heute darum, dass ich mit dir über die drei häufigsten Irrtümer über positive Verstärkung oder Belohnung sprechen möchte. Diese drei Irrtümer sind mir schon sowas von oft und häufig begegnet und tatsächlich oft ein Grund dafür, warum das Training nicht so richtig läuft oder warum manche Menschen auch glauben, dass das bei ihren Hunden nicht geht. Und deshalb heute die Folge. Wir sprechen heute über die Irrtümer, damit du spätestens ab morgen diese Irrtümer nicht mehr in den Alltag integrierst, wenn das überhaupt noch der Fall sein sollte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge, wenn du eine Idee hast, wenn du einen Gedanken dazu teilen möchtest. Ich freue mich immer riesig, wenn du auf Facebook oder Instagram deine Gedanken mit mir teilst. Und ansonsten, wenn du den Podcast toll findest, freue ich mich natürlich auch immer, wenn du ihn abonnierst und wir dadurch einfach noch mehr Menschen erreichen können. Das wäre sowieso mega klasse. Okay, dann würde ich sagen, lege ich jetzt los mit der Folge und bin gespannt, was da so für Erkenntnisse auf dich warten, viel Spaß. Die drei häufigsten Irrtümer über positive Verstärkung. Seit 2013 bin ich jetzt am Fallenstherapeutin und Coach für Menschen mit Hunden oder ursprünglich Trainerin, inzwischen Verhaltenstherapeut und Coach. Und es gibt so drei Irrtümer, die mir immer wieder begegnen, immer, immer wieder. Und die das Training echt langsam werden lassen und die die Menschen auch frustrieren. Und das finde ich total schade, weil es ist eigentlich unnötig. Und ich möchte jetzt gar nicht lang um den heißen Brei reden. Und wir fangen einfach direkt an mit dem ersten Urtum. Und zwar ablenken. Das habe ich ganz oft erlebt. Ich habe ein Training mit einem Team und wir besprechen irgendeinen Trainingsaufbau. Meistens Begegnungstraining oder auch Jagdverhalten sowas. Oder eigentlich ist es fast egal. Und wir sehen uns nach 14 Tagen wieder. Und dann frage ich ja, also habe ich immer gefragt, wie läuft es so? Wie geht es euch? Und wie bist du zurechtgekommen? Und was für ein Gefühl hast du? Beschreib mal auch, was so passiert ist und so. Und dann kam fast immer, na, das mit dem Ablenken funktioniert ganz gut. Und wenn ich so Haare wie ein Hund hätte, hätten sich wahrscheinlich immer meine Rückenhaare aufgestellt. In dem Moment vor Stress. Weil ich immer gedacht habe, nein, wir lenken nicht ab. Und wenn du ablenkst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Und ich habe es vielleicht nicht richtig erklärt. Oder manchmal ja auch in den 14 Tagen verändern sich ja manchmal dann auch Dinge. Ja, gerade wenn man neu ist in einem Thema. Und das ist so wirklich der erste große Irrtum. Wir lenken nicht ab mit dem Futter. Wir lenken um. Und da ist wirklich ein bedeutender Unterschied. Denn wenn wir uns Ablenken anschauen, sagt das Wort ja schon selbst, dann bedeutet das, dass wir etwas machen, damit der Hund gar nicht mitbekommt, was da gerade abläuft. Also zum Beispiel, es bahnt sich eine Hundebegegnung an und damit, also weil wir Angst haben, dass der Hund ausflippt, wenn der das sieht, lenken wir ihn ab, dass der das gar nicht mitkriegt, dass dort was ist. Und das kann man schon auch machen als Notfallstrategie, um Situationen irgendwie zu retten, die für den Hund eigentlich noch so schwer sind. Das hat aber dann nicht so viel mit Training zu tun, weil der Hund, also das ist eher Management, weil in dem Moment der Hund die Situation ja gar nicht mitbekommen hat. Und dadurch wird er ja auch kein Verhalten verändert haben oder Verhalten etabliert haben, was uns gefällt, was entspannter ist oder wie auch immer. Das wäre Ablenken. Und Umlenken bedeutet ja vielmehr, dass der Hund bewusst wahrgenommen hat, was dort passiert. Der hat wahrgenommen, dass da ein anderer Hund ist und wir gehen übers Training rein, über verschiedene Trainingstechniken können wir da reingehen und entsprechend umlenken und den Hunden ein Alternativverhalten lenken sozusagen. Und das dann über Wiederholungen und einen guten Aufbau so lange verstärken, so gut verstärken, dass der Hund es von selbst auswählt, dass das alte, ursprüngliche Verhalten für den Hund gar keine Option mehr darstellt. Und das ist das, was wir machen. Wir lenken um, wir lenken nicht ab. Das ist wichtig. Das ist wirklich penibel wahrscheinlich, aber das ist echt richtig, richtig wichtig, dass du das auch in deinem Alltag, in deinem Sprachgebrauch auch tatsächlich so nutzt. Weil wenn du anfängst, Ablenken zu sagen, dann fängst du auch an, abzulenken. Ja, das ist so das eine, du sabotierst dich selbst im Training. Und das andere ist, das Ablenken sich ja auch, also da wertet man sich auch einfach ab, ja, wenn man Ablenken sagt. Und dann wertet man sich und sein Training ab und wenn dann natürlich noch jemand kommt und sagt, das machen Sie aber falsch da, das ist aber so nicht gut oder das müssen Sie ja ganz anders machen. So lernt er das ja nie. Und man selber dann sagt, oder die fragen, was machen Sie? Und dann, ich denke ab, das ist ja, also man schießt sich selbst ins Knie. Einfach deshalb umlenken. Umlenken ist das Mittel der Wahl oder das ist das, was wir verfolgen in verschiedenen Situationen. Wir wollen nicht ablenken, wir wollen umlenken. Denn nur dann ist es ja auch wirklich möglich, dass der Hund ein neues Verhalten mit der Situation verknüpft. Beim Ablenken ist das nicht möglich. Der zweite große Irrtum, der mir immer wieder begegnet, ist Bestechen. Also mir persönlich, ich werde gar nicht so oft gefragt, ob das Bestechung ist, das nicht. Aber ich merke, dass die Menschen versuchen, ihre Hunde zu bestechen in verschiedenen Situationen. Und dass sie sagen, guck mal, aber ich habe was viel Besseres, ich habe was viel Tolleres. Oder wird ja manchmal auch gesagt, du musst dich total zum Affen machen, so voll ausflippen und wow. Aber so einen positiven, um dich interessant zu machen und so. Und das ist es ja nicht. Also es soll ja kein Wettrüsten werden. Darum geht es ja auch gar nicht. Also ja klar, wenn ich meinen Hund rufe, rufe ich freudig. Aber das hat ja viel auch mit meiner Emotion in dem Moment zu tun. Aber ich möchte ihn nicht bestechen. Denn bestechen, und das ist auch ein Trainingsfehler, den ich wirklich häufig beobachten kann. Bestechen würde ja bedeuten, der Hund überlegt, Verhalten A zu zeigen. Und wir zücken den Käsewürfel und zeigen ihm, guck mal, ich habe hier aber einen Käsewürfel. Wenn du zu mir kommst, kriegst du den. Und dann steht der Hund da und sagt, worauf habe ich jetzt mehr Lust? Darauf oder darauf? Und der Trainingsfehler, den man da eben oft sieht, ist tatsächlich, dass die Menschen sehr, sehr schnell das Futter zücken und anfangen auch zu locken. Oder versuchen zu locken. Und das ist ein grober Trainingsschnitzer. Meistens. Und ja, dann ist es wahrscheinlich auch ein Stück weit bestechen. Aber das ist nicht das Ziel, das, was wir machen wollen. Sondern wir wollen belohnen. Nicht bestechen, wir wollen belohnen. Das heißt, der Hund zeigt ein gutes Verhalten. Ein Verhalten, was wir gern öfter sehen wollen. Und dafür gibt es dann die Belohnung. Das heißt, auch erst dann geht die Hand in die Futtertasche, in den Spielzeugbeutel, was auch immer. Vorher macht die gar nichts. Dass der Hund frühzeitig lernt, im Training in Vorleistungen zu gehen. Was jetzt auch gar nicht heißt, der muss immer erst mal etwas machen, damit er was Tolles bekommt, das nicht. Aber dass er einfach lernt, dass es sinnvoll ist, ein gutes Verhalten zu zeigen, auch wenn er noch nicht genau weiß, was er danach bekommen könnte, was danach Positives auf ihn wartet. Dass er lernt, hey, es ist eigentlich immer eine gute Idee, das zu machen. Egal in welcher Situation. Und das erreiche ich einfach nur dann, wenn ich nicht besteche. Sondern wenn ich belohne. Das heißt, wenn die Hände leer sind, wenn die nicht in der Futtertasche hängen, sondern wenn die einfach an meinem Körper sind und ich das gute Verhalten meines Hundes dann im besten Fall mit Markersignal einfange und dann mit der Belohnungsequenz anfange. Und nicht vorher. Und dann bin ich auch nicht im Bestechen drin. Ganz im Gegenteil. Mir fällt gerade auf, es gibt noch ein Irrtum. Aber der hat nicht so viel mit Belohnung. Aber ich packe ihn mit hinten ran, weil er passt da ganz gut dazu. Fällt mir jetzt gerade ein. Hat letztens erst wieder jemand gefragt. Das passt so ein bisschen zum Bestechen. Und es wäre das Betteln. Dass, wenn wir, also es ist immer entspannt. Die Menschen kommen zu mir mit zum Beispiel dem Thema, mein Hund zerrt an der Leine wie Ast. So, geht gar nicht. Spazieren gehen alles, Horror. Ableihen geht auch nicht, alles Horror. So. Und ihr größter Wunsch, ihr größter, innigster Wunsch ist es, dass der Hund an Lockerleine neben ihnen läuft. Und dass er sie anguckt, dass er kooperiert, dass er sie immer mal fragt, dass er aufmerksam ist. So was. Und dann üben wir das. Und das geht in den meisten Fällen sogar auch relativ schnell. Und so nach vier bis sechs Wochen sind die Hunde sehr, sehr kooperativ. Sie sind viel in der Nähe ihres Menschen. Und die kommen auch immer wieder mal von selber auch zurück, wenn sie im Freilauf sind und so. Also alles total schön. Und dann kommt immer die Frage, jetzt fängt der ja aber an zu betteln, oder? Und das ist so geil. Weil noch sechs Wochen vorher kamen die so, bitte, wir wissen es unbedingt, dass ich halte das nicht mehr aus. Und sechs Wochen später sind die, jetzt kriegt der ja aber nichts mehr dafür, jetzt bettelt der ja. Und das ist ja Quatsch. Der macht das, was sich gelohnt hat, das, was sie ihm beigebracht haben. Das, was sich für ihn gut angefühlt hat. Und das macht der natürlich wieder. Wenn er sagt, ach, ich hätte gerade irgendwie Bock auf ein Leckerli oder so. Ich probiere das mal. Ich mache mal das. Das hat ja die letzten Male auch immer funktioniert. Und da muss man dann einfach auch gucken, stört einen das oder stört das einen nicht? Gibt ja vielleicht auch Situationen, wo man sagt, ach, ist mir egal, soll er seinen Keks haben? Und wenn man sagt, nee, das ist jetzt doof, weil das jetzt ein anderes, also ich würde nicht sagen unerwünschtes Verhalten, aber ein anderes Verhalten erzeugt, was für den Hund jetzt vielleicht auch nicht unbedingt toll ist. Wenn er nur noch bei Fuß läuft oder so, das wollen wir ja auch nicht. Dass man dann wieder über verschiedene Verstärkungsschemata reingeht, um das Verhalten, um in so ein Feintuning reinzugehen quasi. Um das Verhalten dann auf so ein Level zuzubringen, dass der Hund schon noch kooperiert und schon noch guckt und im Umfeld bleibt, ein Anstrichwort bleibt, aber nicht die ganze Zeit bei Fuß läuft. Und das ist auch ganz wichtig. Also wenn dein Hund etwas macht, was sich einfach oft gelohnt hat, weil du es viel geübt hast, und er macht es dann halt immer wieder, in der Hoffnung, eine Belohnung zu bekommen, dann, das heißt ja nicht, dass du sie immer geben musst, aber fall nicht darauf rein, dass du denkst, der bettelt jetzt. Der bettelt nicht, der macht das, was er gelernt hat, das, was du ihm beigebracht hast. Als Beispiel bei uns zu Hause, ich habe eine ganze Zeit lang Pfötchen geben geübt mit einem Biserio für das Krallenschleifen. Und davor hatten wir ja das Liegen auf einer Decke geübt und das dann mit an den Tisch genommen und so, weil der ja so massiv krass aufgeregt am Futter war, der hat uns ja die ganze Zeit angebellt, wenn wir gegessen haben und so und die Hunde attackiert. Und da hatten wir eben dieses Liegen auf der Decke geübt und das dann in diese Ess-Situation integriert. Und damals war es dann erst so, da hat er sich immer hingelegt, wenn er was wollte, weil das ist das erste Verhalten, was er bei uns gelernt hat und was wir halt echt krass aufgebaut haben. Und dann habe ich Pfötchen geben angefangen zu üben und dann fing er plötzlich an am Tisch, Pfötchen geben, Pfötchen zu geben, hatten sie mal seine Pfote auf den Schoß gelegt. Und das hatte ja auch nichts mit Betteln zu tun oder damit, dass er jetzt ungehorsam ist oder so. Nee, wir haben einfach in dem Zeitraum das Pfötchen geben viel, viel öfter geübt und dementsprechend viel häufiger verstärkt als das Liegen. Und er hatte ja durch dieses zweite gelernte Verhalten eine neue Idee. Was könnte ich tun, wenn ich gerne das Legally haben möchte? Und wenn Liegen nicht gleich funktioniert hat, wenn wir nicht gleich verstärkt haben, dann kam das an unruhigen Tagen vor, an denen er nervös war, dass er dann halt gleich anfing und uns die Pfötchen gegeben hat. Und das hatte nichts mit Betteln zu tun, in meinen Augen. Er hat das gemacht, was er gelernt hat, in der Hoffnung, so an sein Ziel zu kommen. Und wenn man das dann aus so einer Beobachterperspektive nimmt und das nicht gleich wertet und sagt, boah, das ist aber falsch oder so, dann kommt man auch fix wieder ins Training rein. So an dem Beispiel, wenn ich dann gemerkt habe, jetzt fängt der an, ganz schön viel Pfötchen zu geben, wusste ich, okay, ich muss jetzt hier in dieser Situation das Liegen früher verstärken, bevor mir das Pfötchen kommt. Dann habe ich das drei-, viermal gemacht hintereinander, dass ich einfach schnell genug war, dass ich gemarkert und belohnt habe, bevor das Pfötchen kam. Und dann war das Pfötchenthema auch wieder raus. Ja, dann war das wieder gegessen, hat sich wieder hingelegt. Das ist es einfach. Das hat nichts mit Betteln zu tun. Wenn man dann nämlich sagt, boah, der bettelt jetzt, kriegt der gar nichts mehr, dann löse ich im ersten Moment Frust aus, was dann noch zu noch mehr Verhalten führen kann, was man nicht möchte. Und ich zerstöre mir halt die Verknüpfung so ein bisschen, die ich vorher so mit positiven Emotionen belegt habe, weil ich mir jetzt den Frust da reinmache. Und spätestens eine Woche später werde ich mich darüber ärgern, weil der Hund es dann nicht mehr macht und nicht mehr gerne macht und mein Verhalten wieder schlechter geworden ist, was ich mir vorher aufgebaut habe. Nur weil ich gedacht habe und interpretiert habe, der bettelt da jetzt gerade. Oder weil ich gewertet habe. Das war quasi Irrtum 2.1. Also Irrtum Nummer 1 war Ablenken. Was machen wir nicht? Wir lenken ja um. Irrtum Nummer 2 war Bestechen. Das machen wir aber auch nicht, weil wir belohnen. Und Irrtum Nummer 3 war Betteln, was ja auch nicht stimmt. Sondern der Hund zeigt halt das, was wir einfach oft verstärkt haben, was sich für ihn gut gelohnt hat. Genau. Und dann kommen wir zu dem letzten Irrtum. und der heißt, mein Hund lässt sich nicht belohnen. Ich habe echt, und das ist eigentlich wirklich richtig traurig, immer wieder mal Hunde im Training gehabt. Also mit den meisten ging das dann gut, aber ein, zwei Mal ist es mir passiert, dass ich es nicht geschafft habe. Dass die Menschen vielleicht auch einfach noch nicht so offen und noch nicht so bereit dafür waren, weil es ja auch viel Arbeit bedeutet hat. Und man es sich einfacher machen konnte. Dass es, dass mein Training nur so mittelmäßig gefruchtet hat, was ja trotzdem viel, viel besser war als vorher. Aber wo es dann immer wieder mal hieß, naja, mein Hund braucht wahrscheinlich doch eher eine harte Hand. Und wenn ich dann frage, hä, wieso denn das? Weil das waren zwei ganz sensible Hunde. Ganz sensibel, ängstlich. Dann hieß es, naja, die nimmt die Belohnung nicht. Wo ich dann gesagt habe, naja, aber das heißt ja dann nicht, dass die eine harte Hand braucht, wenn sie die Belohnung nicht nimmt. Ja, im Gegenteil. Und mein Hund lässt sich nicht belohnen ist, also der Satz an sich ist ja schon völlig konfus. So was gibt es nicht. Es ist nicht möglich, dass ein Hund sich nicht belohnen lässt. Weil Belohnungen, positive Verstärker, lauern ja auch im Alltag überall. Also nicht nur die, die ich jetzt gebe, sondern immer dann, wenn etwas hinzukommt, zu einer Situation, was der Hund gut findet, was er gern haben oder gern tun möchte, habe ich einen positiven Verstärker sozusagen. Also immer, wenn was Gutes dazukommt, habe ich einen positiven Verstärker. Wenn ich spazieren bin, mein Hund, weiß ich auch nicht, biegt nach links ab und da liegt plötzlich eine total interessante Schnüffelspur. Dann wurde das nach links abbiegen verstärkt. Ja, weil danach etwas kam, was einfach total toll für ihn war. Also das heißt, Belohnungen lauern im Alltag überall. Und das kann natürlich von Nachteil sein, wenn sie immer da sind, wo der Hund vielleicht gerade etwas Blödes gemacht hat. Der ist mir abgehauen, ins Feld gerannt, hat dort gestöbert und dann ist da auch noch ein Hase hochgesprungen oder so. Ja, das wäre dann total blöd, das sei jetzt so eine Belohnung gelauert hat, weil sie natürlich ein unerwünschtes Verhalten verstärkt hat. Aber andersrum ja genauso. Belohnungen kommen ja auch durch Zufall. Manchmal bei Verhalten, was sie gut finden. Und wir können sie im besten Fall natürlich auch strategisch gut einsetzen für unser Training. Und wenn es heißt, mein Hund lässt sich nicht belohnen, hat das meistens was mit dem Stresslevel zu tun. Dass die Hunde entweder super aufgeregt draußen sind, dass die fast, manchmal habe ich das Gefühl, fast wie so ein Stress-Nirvana irgendwie abgeschossen. Die kriegen so fast gar nichts mehr mit, weil die so wie ferngesteuert unterwegs sind. Oder sie sind super ängstlich. Und dann können die auch nichts nehmen. Aber Angst macht der Magen auch zu. Und da ist Essen dann ja auch nicht wichtig. Also wenn ich Angst habe, dann möchte ich erst mal mein Überleben sichern. Und da ist es wichtig, weg vom Angstauslöser zu kommen und nicht jetzt mal ein Leckerli zu essen. Und die dritte Möglichkeit, die es auch immer wieder mal gab, meistens aber in Kombination mit einer von den anderen beiden, war die Gesundheit. Also dass der Hund Bauchweh hatte, dass der das Futter nicht vertragen hat, dass der Bauchspeicheldrüsenprobleme hatte, dass der eine Schilddrüsenproblematik hatte, solche Sachen. Also dass gesundheitliche Ursachen, dass er Schmerzen hatte, Gelenkschmerzen oder so, dass die Gesundheit dort eine Rolle gespielt hat, warum der Hund draußen sich schlecht hat belohnen lassen. Mit den Klassikern, mit Leckerli-Spielzeug und so, mit den Sachen, dass das für sie nicht belohnt war. Und das heißt, wenn du denkst, dein Hund lässt sich nicht belohnen, solltest du immer diese Stellen abklappern. Und es gibt noch eine vierte. Und das ist die, die Belohnungen sind einfach scheiße. Habe ich auch manchmal, wenn dann die Hunde Trockenfutter zu essen bekommen haben und man dann dasselbe Trockenfutter als Belohnung einsetzen wollte, als Leckerli. Und dann haben die Hunde halt gesagt, ach ja, fresse ich, aber das Verhalten hat sich halt nicht verändert. Oder die haben sogar gesagt, nee, fresse ich nicht, weil kriege ich heute Abend eh im Napf. Oder haben teilweise es nicht mal abends aus dem Napf gefressen, weil es immer schmeckt scheiße. Ich will das nicht essen. Und ich esse die drei Brekkis, damit ich noch am Leben bleibe, so ungefähr. Aber mehr fresse ich von dem Scheiß nicht. So, das habe ich ja auch erlebt. Und das, was man dann machen sollte, also immer gucken, sowieso mit den Belohnungen eh kreativ werden. Es gibt so viele Futterbelohnungen verschiedene für Hunde, die man kaufen kann oder die man selber machen kann. Das ist abartig. Und Spielzeuge genauso. Und ansonsten immer im Kopf haben, Belohnung und Strafe wird vom Empfänger definiert, nicht vom Sender. Das heißt, wenn dein Hund, also das ist so das große Problem, dass wir denken, ich habe doch jetzt hier vielleicht sogar den super teuren Keks mitgenommen für dich, der total abgefahren ist, super gesund und irgendwie haben wir uns total viel Mühe gegeben damit. Und der Hund sagt so, boah, will ich nicht. Dass man dann sagt, ja, mein Hund lässt sich nicht belohnen. Und nur weil ich denke, dass dieser Keks eine Belohnung war und ich den total toll finde, heißt das nicht, dass mein Hund das auch so sieht. Wenn mein Hund das so nicht sieht, ist das für ihn keine Belohnung. Leider. Das ist dann so. Die Pille muss verschlucken. Und es kann halt auch sein, das ist auch nicht selten so, dass in einer Situation etwas als Belohnung funktioniert und in der anderen nicht. Das heißt, in der Wohnung geht das gut mit dem normalen Leckerli und draußen auf der Straße nicht mehr. Und da ist eigentlich ein Punkt wichtig für dich zu wissen, du kannst mit allem belohnen, was dein Hund in dieser Situation gern haben möchte oder gern tun möchte. Und außer positiver Verstärker, außer positiven Verstärkern, also wenn etwas Gutes dazukommt, gibt es ja auch noch negative Verstärker, wenn etwas Unangenehmes weggeht. Also wenn du dich zum Beispiel entfernst von etwas, wovor dein Hund Angst hat. Alles, was der Hund gern tun möchte und alles, was der Hund gern haben möchte. Und ja, das ist nicht leicht, wenn Hunde kein Futter nehmen und draußen nicht spielen möchten. Das ist echt, das macht es im Training wirklich deutlich schwieriger, weil man deutlich kreativer werden muss und ja, einfach mehr grübeln muss. Ja, und die Situation anders überblicken muss, um immer rauszufinden, womit kann ich jetzt gerade hier noch irgendwie belohnen. Das heißt aber nicht, dass das nicht möglich ist, weil wie gesagt, Belohnungen lauern überall. Die liegen auf der Straße rum, so ungefähr. Ich muss sie nur finden. Und wenn dein Hund sich nicht belohnen lässt, wenn du denkst, dein Hund lässt sich nicht belohnen, dann Gesundheit abchecken, gucken, ob das Zeug überhaupt schmeckt oder ob die Art der Gabe vielleicht auch einen Unterschied macht. Wenn du das wirfst oder so, dann wird sowas meistens auch attraktiver. Und Stress und Angst abklären. Ja, da mal reingucken und dann nimmst du alles das, was da ist, was dein Hund gern haben oder machen möchte und nutzt das erstmal als Belohnung. Also Belohnung ist durchaus oder Verstärker können viel, viel mehr als Futter sein. Ich selber, ich bleibe so bei ungefähr 70 Prozent Futter als Verstärker und ungefähr 30 Prozent Spiel- und Umweltbelohnung. Damit fahre ich sehr, sehr gut. Und ich habe selber auch Hunde, die drei von fünf, also es sind ja noch drei da, aber von insgesamt Hunden, mit denen ich zusammengelebt habe, drei von fünf Hunden konnten über sechs Monate draußen kein Futter nehmen, weil sie so eine Angst hatten und weil sie so gestresst waren. Beim Bisi war es erst Angst und später war es einfach nur noch krasser Stress wegen der ganzen Hundebegegnung. Und bei Chucky und Pablo war es Angst. Die konnten sechs Monate draußen kein Futter nehmen, jeder von ihnen. Und ich konnte sie trotzdem belohnen. Und nach sechs Monaten ging das super mit dem Futter, also beim Bisi und beim Pablo voll schön. Das ist jetzt sehr einfach für mich geworden, die zu belohnen. Beim Chucky ging es bis zum Schluss immer wieder nicht. Also es war so phasenweise und der Chucky hatte aber Nähnensuffizienz, was wir dann später festgestellt haben. Und ich denke, dass es früher auch schon Probleme gemacht hat und der hatte auch immer mal Schmerzen im Bewegungsapparat und das hat immer einen Einfluss darauf, ob der Essen nehmen konnte oder nicht. Deshalb da echt, habt dort ein Auge drauf. Seid halt einfach achtsam. Genau. Ich glaube, das waren die größten Irrtümer über positive Verstärkung oder über Belohnungen, die mir so begegnen. Oder begegnet sind in der Vergangenheit. Und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass du für dich jetzt vielleicht eine Erkenntnis hattest oder vielleicht eine schöne Erklärung hast, wenn du das nächste Mal angesprochen wirst oder in ein Gespräch verwickelt wirst, um das eine oder andere vielleicht erklären zu können. Das wäre natürlich auch super klasse. Und ja, du weißt ja, Facebook, Instagram kannst du mir immer gerne deine Gedanken dalassen und am YouTube-Video genauso, logischerweise. Und ich freue mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst. Ich freue mich riesig, wenn du den Podcast bewertest. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen wunderschönen, restlichen Tag. Bis bald. Deine Tina. Deine Tina. Bis zum nächsten Mal.